Si no, no me busques mas Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también Hallo Leute und herzlich willkommen Wir fahren dieses Jahr jetzt wieder nach Kroatien Thais fliegt dann mit Anton und Paul und wir fahren mit dem Auto und ja, wir geben euch dann immer mal wieder Updates wenn irgendetwas Spannendes passiert Ja, dann sehen wir uns nachher wieder Tschüss Also für uns geht es jetzt los Mom, es geht nicht lauter Dann Also jetzt ab jetzt 17 Stunden oder auch weniger in diesem Auto Ich freue mich Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar wieder ein Kroatien-Vlog und ja Anton ist auch wieder dabei Hi Hallo und wir kommen zu einem neuen Kroatien-Vlog Also Thais 40, zwar nicht mit dem Auto Thais fliegt mit uns ja und wir gehen wieder in dasselbe Haus Ja und das war es von mir heute Und was geht denn an dann? Ach, die anderen fahren mit dem Auto Keine komisch sind Schwarz Weil die mit dem Auto fahren und wir fliegen morgen los um 13 Uhr Thais Äh Ja, um 13 Uhr Das Taxi kommt um 10 Uhr 30 Ja Äh Nächste Adios So, hallo Und zwar läuft das morgen so ab Um 10 Uhr 30 kommt das Taxi Um 10 Uhr kommt Thais Und dann sehen wir uns nämlich schon wieder Weil um 13 Uhr der Flug geht Also bis morgen Es ist jetzt 9 Uhr morgens Es sind 27 Grad Und wir stehen, glaube ich, gleich im Stau Und Das ist Ganz in der Mitte weiter Nee, ist nicht cool Dann ist der Dann ist die Fahrt verlängert Und wir können nicht Dann macht die Fähre schon ein bisschen mehr Also Wir nehmen gar keinen Bock auf Stau Nee Hallo Leute Es ist jetzt gerade 9 Uhr 34 Das Taxi kommt in einer Stunde Und guck mal, wer da ist Guten Tag Hallo Thais ist da Hinter der Kamera ist Anton Hallo Und ja, wir chillen uns jetzt noch unten bei uns auf die Couch Und dann würde ich sagen Fahren wir los Bis nachher Hallo So, wir sitzen jetzt im Auto Wir haben eine Bildschirm Wir fahren jetzt zum Flughafen N sind halt im Ente Da ist Mama Da ist Papa Ja Ja Oh Richtig Und hier haben wir einen leckeren Cheesecake mit Nutella und Thais ist jetzt noch seit Laufen gewinnt Und da ist Anton Und da ist Anton Ja Da ist Mama Und da ist Papa Ja Wir holen uns jetzt noch was zu trinken Und dann gehen wir auch zum Gag Oder? Ja Ein ganz kurzes Update Und zwar Wir fahren jetzt 1 Stunde noch 1 Stunde 54 Das heißt Wir brauchen nicht mehr so lange Und da vorne Und da vorne Und da vorne Das finde ich Also nicht die Ersten aber Ich finde es auf jeden Fall wichtig Äh da hinten auch Das ist auch voll cool Ja Also 1 Stunde 54 Wir sind jetzt angekommen bei der Fähre Und Die kommt jetzt auch gleich In Keine Ahnung 90 Minuten Ähm Ja Wir haben hier jetzt eine Palme vor uns Ja Das ist super Das ist keine Ahnung Wir haben hier so etwas alles Ich finde Ich wollte schon immer so ein Kaktus haben Aber Das habe ich nicht bekommen Ähm Ja Wir sind wohl gleich da Also Wir sind jetzt in unserer Wohnung angekommen Ähm Wir schlitzen wir nichts anderes Weil Gerade Es ist halt Törtchen Ähm Ja Wir sind jetzt Ich bin so spitzig warm Wir sind jetzt da Ich bin eine Tomate Also wir sind jetzt da Wir können euch gleich eine Roomtour machen Tschau 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 Jetzt geht's zum Flugzeug Ene mene weg und du bist weg Hey Was mach ich denn hä Leute wir sitzen jetzt hier im Flugzeug Das Triebwerk Das Triebwerk ne Das hört sich gut an Ich kann mir gleich ein Auf jeden Fall Über einen Flug Wir gucken einfach was Melden uns Essen unsere Snacks Hast du noch was zu sagen? Er guckt ganz rein Guck mal kein Man hört ihn Guck mal er hat dann die scheiße Äpfel Die Kohl Dings keine Ahnung drauf Dann hört Anton 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 Mal jetzt Auf jeden Fall Sehen wir uns nachher Und ich kack mir nicht nur ein Ich schwör Thais kack sich auch ein Er wollte eben die Suchtour Tschau Tschau We thank you for your attention And wish you a pleasant flight So Leute Die Sonne scheint uns schon in die Fresse Lange am Flug Guck mal Guck mal Direkt Pool 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 Ich kuck mal meine Worte Merkst du nicht meine Worte Du meinst Mix Wir sind jetzt gelandet. Die Landung aufgeprallt, wieder hoch und dann gelandet. Teils hat sich eingekackt, ich nicht. Rauch! Er hat nur hochgeleidigt. Paul ist der Einzige, der einen auszupackt. Weil Anton hat Kopfhörer auf gehabt und gebeten. Hallo! Hallo! Ich bin wieder so warm. Da hinten ein Teil so randert und vorne meine Eltern. Jetzt gebe ich kurz einmal zu, wie das Auto aussieht. Das ist das Gefährt. Wow! Wow! Sexy Wagen! Sexy Wagen! Sexy Wagen! Hey! Sexy Wagen! Jetzt im Auto. Und jetzt geht's zur Fähre. Wir sind jetzt auf der Fähre. Und gleich im Pool, oder? Ja! Und da müssen wir für Teils auch nochmal dieses Trikot besorgen. Was ist denn das von außen? Das ist normal? Ne, vielleicht nicht. Ja! 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 Ich bin noch Venite. Ich bin Claire However. Ich bin meiner Meinung nach. Ich bin noch Del行 thanks Almost... Ja! ammon war,bau ак. Das sind die Ziel. Ich weiß, trotz dialen. Ich bin noch einmales. Ich bin innerger, konneала月. Wenn jetzt Merryaga работает!